Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 21. März 2019 Denderas Blick in die Akasha-Chronik Heute befinden wir uns in einem Grenzbereich. Nichts übertreiben, aber ohne Angst, ohne Zweifel sollen wir über unseren Grenzen hinaus wachsen. In die Lieberpartnerschaft haben wir Spannung. Keine Grenzen setzen, keine klärenden Gespräche führen, das führt nur zum Missverständnis, führt zum Rückzügen und führt zum weiteren Spannungen. Ehe schweigen, zurückhaltend bleiben. In den kommenden Tagen wird eine wichtige Nachricht kommen. Es lohnt sich zum Warten, weil diese Nachricht, diese Botschaft, dieses Treffen nähert sich und dann entspricht es euren Vorstellungen. Heute können wir mit unerwarteten Ereignissen rechnen und bekommen wir über etwas Klarheit und bringen wir etwas in Ordnung, werden wir etwas bereinigen. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Diese Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jeder zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängsten loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.